Und, habt ihr Neujahrsvorsätze? Ich habe tatsächlich eines, und zwar kein Mistbau. Also das ist mein Neujahrsvorsatz. Bis jetzt habe ich es noch hinbekommen. Das ist immer ein guter Vorsatz, würde ich sagen. Aber ich halte so grundsätzlich von Neujahrsvorsätzen, halte ich gar nicht so viel. Ich glaube, das bringt nichts, wenn man da mal vier Wochen irgendwie sagt, weniger trinken, mehr Sport machen, ist alles gut, besser als nichts. Aber man muss das ganze Jahr irgendwie diszipliniert sein. Und das versuche ich auch. Sehr erfahren.